so nun haben wir also den Fiat Cinquecento gekauft wir haben die Papiere das Auto steht noch bei Marco mit Marco haben wir vereinbart dass wir im Oktober wiederkommen werden und ja er hat ihn versprochen zu verpacken und in seiner Garage so lang stehen zu lassen es würde ihn nicht stören jetzt haben wir natürlich nach einer kurzen Probefahrt und den Vertragsabwicklungen nichts weiter mit dem Auto veranstaltet also es gab keine weiteren Untersuchungen noch mal genauer begutachten so unter dem Aspekt jetzt gehört er mir also es ist ja ein Unterschied ob ich ein Auto anschaue weil ich es vielleicht kaufen möchte oder wenn ich es dann gekauft habe ich meine immer mal ehrlich wenn man eine größere Anschaffung macht eben wie so ein Autorchen dann möchte man es ja im Nachhinein noch mal ein bisschen begutachten ein bisschen bewundern und so das Gefühl reinkommen lassen das Gefühl genießen du bist jetzt meins ich habe mir da jetzt was gegönnt auf was ich mich auch freue es ist klar dass es noch ein paar Wochen dauern wird bis wir das Teil dann wirklich mit nach Hause nehmen können aber man möchte es ja noch mal sehen also haben wir vereinbart dass Papa und Kind noch mal zu Marco fahren und das Auto bewundern ich hatte zu tun ich habe noch einige Schreibarbeiten mir vorgenommen gehabt und ich wollte mit dem Podcast weitermachen also Papa ist mit dem Fahrrad nach Badia gefahren Kind mit dem Auto hinterher sie haben sich verabredet und ich habe mir noch überlegt was mache ich jetzt zuerst am Abend haben wir Pet eingeladen zum Grillen das heißt es musste noch einiges vorbereitet werden ich wollte noch Salat vorbereiten und ja Dinge marinieren Soßen machen und so weiter wisst ihr selbst was man da so alles vorbereiten muss es war natürlich knallheiß ich wollte auch noch mal kurz in den Pool springen und ich wollte an meinen Sachen weiterschreiben denn damit musste ich ja auch vorankommen ich hatte ein bisschen Zeitdruck also habe ich mir überlegt hüpfe ich doch am besten als erstes in den Pott war im Pool bin bei unten geschwommen habe mich rausgesetzt zum trocknen habe dann meine Insta Stories gemacht und bin dann in die Küche als ich fast trocken war meine beiden unterwegs Richtung Moggela ja ich habe dann so einiges vorbereitet gehabt schon vom Essen für den Abend und ich hatte dann auch bevor Pet zu uns kam war noch vereinbart dass ich um ich glaube fünf eine Reitstunde bei ihr nehme oder war sogar eher halb vier irgendwie in dem Dreh also so ein bisschen Zeit Stress hätte es dann schon noch werden können hätte es aber nicht müssen gut also ich war dann so in der Küche am werkeln auf einmal klingelt das Telefon das Kind ist dran sagt in kurzen abgehackten Sätzen regt dich nicht auf der Vater ist auf dem Weg ins Krankenhaus ich komme dich jetzt gleich abholen packt das wichtigste zusammen ich bin in einer Viertelstunde bei dir und wir fahren in die Klinik er wurde wieder gestochen nun war er auf dem Weg mit dem Fahrrad nach Badia und kurz vor dem Ziel hat ihn irgendein Monster in den Oberschenkel gestochen während des Fahrradfahrens es war angeblich weder Wespe noch Biene wir wissen aber dass er hochgradig allergisch ist auf diese beiden dass er aber auch hypersensibilisiert ist also eigentlich sollte es ihm nichts ausmachen Punkt war aber es hat ihm was ausgemacht er hat wieder Schwindel bekommen es wurde ihm komisch er hat Pusteln bekommen also alles ganz sonderbar irgendwie hat er sich dann noch zu Marco geschleppt bis das Kind dann dazu kam und sie hat nur gesehen wie er da sitzt wie er drauf ist und hat dann nur veranlasst dass die Rettung gerufen wird also sagt nee also so geht es nicht er hat auch keine Mittel dabei die dagegen wirken könnten bevor er jetzt total umkippt ab in den Rettungswagen und in die Klinik beziehungsweise erst mal in den Rettungswagen okay die Sanitäter kamen relativ zügig die haben dann entschieden kann man nicht verantworten er muss in die Klinik muss beobachtet werden das war dann der Ausflug zum Mockerler er endete in der Klinik also für mich nichts ungewöhnliches denn einer meiner beiden ist immer irgendwie irgendwann mal in der Klinik in dem Augenblick ich war jetzt nicht sonderlich aufgeregt ich habe nur funktioniert habe also alles was man braucht für einen Klinikaufenthalt für einen möglichen Klinikaufenthalt in den Rucksack gepackt Schlafanzug Unterwäsche Hausschuhe keine Ahnung Waschsachen und natürlich Ladegerät fürs Handy Tablet solche Geschichten also ich habe da alles wichtige zusammengepackt er hat ja nur das Fahrraddress und die Fahrradschuhe und wir sind dann sie hat mich dann abgeholt und wir sind dann ab in die Klinik gefahren und auf dem Weg zur Klinik habe ich dann gemerkt wie es bei mir jetzt losgeht also wie ich jetzt irgendwie ein bisschen komisch reagiere also es kam dann der Schock durch es war halt wieder mal ein Schock gut lange Rede kurzer Sinn es hat sich dann relativ schnell verflüchtigt er hat halt die berühmten Infusionen bekommen musste dann so zwei Stunden da liegen zur Beobachtung und dann war alles wieder gut er hat es natürlich ganz locker genommen wir waren natürlich wieder geschockt und dann ging es zurück nach Hause für mich ein bisschen stressig ich habe da noch überlegt soll ich die Reitstunde absagen aber ich wusste okay die Reitstunde tut meinem Kopf gut den Kopf wieder zu erden wieder frei zu werden ich habe da nur noch Aufgaben verteilt habe gesagt so ihr habt mir jetzt ein paar Stunden Zeit gekostet die ich gebraucht hätte für die Grillvorbereitung ihr müsst jetzt weitermachen habe Aufgaben verteilt Gurken schneiden Tomaten schneiden Mozzarella schneiden keine Ahnung also all diese Sachen habe den beiden Aufgaben verteilt und bin dann ab zu Pat Pat hat dann schon gleich gemerkt oder ist was nicht in Ordnung ich habe sie dann kurz erzählt die kennt diese ganze Allergie Geschichte und sie sagt warum hast du nicht angerufen hätten wir es abgesagt ja ich habe kurz überlegt aber ich dachte meinem Kopf tut es besser wenn ich aufs Pferd gehe und mich mit was ganz anderem beschäftigen also war es dann auch es war zwar mega stressig es war der heißeste Tag überhaupt wir waren glaube ich bei 34 Grad aber wir sind dann doch eine Stunde ins Gelände ausgeritten und haben keine Reitstunde in dem Sinn gemacht sondern haben einen Ausritt gemacht und das hat mir so gut getan ich bin dann so runtergekommen und wir hatten dann einen wunderschönen Abend 19 Uhr kam dann Pat zu uns und wir hatten einen echt schönen Abend und haben nochmal so richtig schön abgefeiert zum einen dass mein Mann wieder gut ging zum anderen das Auto ja und zum dritten einfach die Freundschaft gefeiert den Besuch beim Moggala haben die zwei natürlich dann zwei Tage später wiederholt und dann konnten sie es nochmal richtig schön anschauen es hatte ein Häubchen bekommen Marco hat gezeigt so wird es stehen bleiben sie haben sich nochmal ganz genau angeguckt haben nochmal ein paar Fotos gemacht und haben sich dann quasi bis Oktober von dem Autochen verabschiedet von Marco verabschiedet er hatte dann angeboten wenn wir im Oktober kommen könnten wir in seinem Agritourismo drei Tage umsonst wohnen und gesagt das ist sehr nett das Angebot aber wir haben ja unsere feste Unterkunft wo wir immer sind und da möchten wir schon wieder hin und wir werden auch nicht nur drei Tage bleiben sondern wir werden dann ein bis zwei Wochen bleiben denn es ist doch ein bisschen eine lange Anreise 950 Kilometer für zwei drei Tage ist dann doch ein bisschen too much so verlief eben der Besuch beim Moggala und ansonsten war die restliche Zeit damit gefüllt zu überlegen was müssen wir jetzt tun was muss geregelt werden was müssen wir organisieren und wie und wann planen wir die Oktoberreise das hört ihr aber dann in der nächsten Folge